Nach einer Augenlis-Operation kann es zu schlechterem Sehnen in der Dämmerung kommen oder am Abend. Das sind sogenannte Halos, das sind Lichthöfe, um die Lichtquellen. Meistens, wenn man Scheinwerfer von den Autos anschaut, die von der gegenüberliegenden Seite kommen, dann sieht man einfach, dass diese Scheinwerfer strahlen. Meistens ist dieser Effekt kurzzeitig und man gewöhnt sich auch auf diesen Effekt und aufgrund von der Wundheilung verschwinden diese Effekte. Das war in der Vergangenheit ein viel größeres Problem. Heutzutage durch die Anwendung der modernen Augenlis-Profile ist eigentlich dieses Problem obsolet.